Willkommen zurück zu Yoshi's Island DS, heute mit 2-3. Im letzten Part haben wir Baby Donkey Kong bekommen, der sich an Lianen hangeln kann und auch Ramattacken ausführen. Und der Level fängt an mit einer coolen Mucke und heißt Windige Höhen. Die Zahl auf der Plattform zeigt an, wie oft du sie betreten kannst, bevor sie verschwindet. Mit jedem Sprung verringert sich die Zahl. Ja, die kenne ich noch zu gut. Löst sich aber erst auf, wenn wir die Plattform verlassen. Das ist auch nice, aber ich gehe erst mal hier rein. Was gibt es denn hier? Spannendes? Spielspaß und Spannung und Schokolade? Nein. Grün gekleidete Shy Guys. Oh mein Gott, das ist nicht so knapp. Was geht mit euch ab? Keine Hobbys, die Jungs. Dann mach ich mich lieber wieder aus dem Staub. Und die Ballons. Das ist ja alles wie früher. Okay, ich versuche möglichst viele Münzen einzukassieren. Ah ja, da ist... Ich sollte Baby Peach benutzen. Wegen dem Wind hier. Das sage ich jetzt einfach mal. Der ist ja auch nicht ohne Grund da. Ja, dass man, wenn man die Plattform weggemacht hat, dass man immer noch hier hoch kann. Für die... Ach, die es nicht geschnallt haben. Okay, das ist ja wirklich nicht schwer zu verstehen. Hey, cool. Immerhin. Sternchen? Ja. Gucken wir mal. Achso, da brauchen wir da Wind oder was? Hä? Hm? Ne, irgendwie kommt man da nicht rein. Oder ist man ein bisschen zu krumm? Immer diese krumm Geschäfte. Alles Zwo. Das ist kein Problem. Achtung! Oh, die Geister. Ja. Komische Geister. Sehen aus wie... Ja, Tüten. Trifft ganz gut. Tüten. So. Ah. Blümchen. Und jetzt hoch mit dir. Können wir noch höher? Hoch hinaus? Nein. Irgendwie nicht. Ist egal. Wir sollen auch hier weiter. Tüten. Tanz mir den Yoshi. Du machst das ja richtig gut. Ich kenne Melodie nicht, aber ich summe trotzdem mit. Das macht Spaß. Ja. Dürfte ein Level für Baby Peach sein. Hm? Ja. Muss man natürlich nicht so festlegen. Oftmals wechseln. Ist auch ganz nett. Wird bestimmt später... ...vonnöten sein. ...kommen noch ein paar Babys dazu. Wie sich die Röhre hier gebeugt hat. Das ist eigentlich nicht der Fall im Original. Hier können wir wechseln. Mehr gibt es hier nicht. Wir sind extra an die Röhre zum Wechseln. Was ist denn hier? Was einen Wechsel rechtfertigt. Wie hoch ist die Ablösesumme überhaupt? Sehr schön. Ja, es geht also hoch, hoch, hoch. Da geht es rechts lang. Weiß natürlich nicht, welcher Weg. Jetzt ist der richtige Wehre. Oh, oh, oh. Noch höher geht nicht. Oder wie? Dann ist es möglicherweise, dass wir hier rechts hingehen. Und dann wieder nach links kommen oder so. Aber das ist schon mal ein Dino. Ja, das ist ja skurril hier. Da komme ich nicht ganz mit. Da komme ich auch nicht hoch. Gut. Okay. Da kann ich rein. Oh, der Level verwirrt mich. Zu viele Wege. Ah, Kangoo. Also, die hatten wir schon mal. Hopst. Ah ja. Neues Element in diesem Spiel. Nichts weltbewegendes. Abgrund. Abgrund. Verdammt. Ich glaube, das ist unser erster, erster Fail in diesem Spiel. Oder? Oh, schöne Sonne. Bum, Bats, Bum. Was zum? Bum, Bats, Bum. Heilige Macaroni. Wow. Jetzt sind die Schirme voll angesagt. Voller Trendsetter mal wieder. Bum, 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 Bum. Aha. Da braucht ihr den richtigen Mann. Der eigentlich eine Frau ist, aber egal. Äh. Blume? Hallo? Dankeschön. Ausgerechnet jetzt die Verschnaufspause einlegen. Ha. Äh. Hütte. Ah. Dann so. So. Hier hoch. Hm. Schön. Hallo. Wow. Was war das? Da will es einer wissen. Die Rosen kommen. Weiter hoch komme ich nicht. Hm. Hm. Was hat es jetzt gebracht da eigentlich? An für sich. Rot. Na, schade. Ich habe gedacht, da kann man da links langen, aber ist nicht der Fall. Boom, Bats, Boom, Bats. Oh, es geht noch höher. Das ist so einiges. So viele Blätter. Der Herbst oder was? Ist ja unfassbar. Welche? Eine Lucky Two Wolke. Dieser Ruckzuck weg. Ja, das war nicht so ein erfolgreiches Level. Das habe ich auch gemerkt, ja. Aber es gab ja viel zu viele Wege und Abzweigungen. Und dann kommen diese Türen, wo man sich nicht mehr öffnen kann. Und weiß gerade, welcher Weg ist der richtige und welcher nicht. Ah ja. Was soll's. Nehmen wir was, wie es ist. What the hell, was ist das für ein Gegner? Sieht ein bisschen aus wie ein Geist, aber... Hector Reflector's Gruselvilla. Hector Reflector. Cool. Ah! Ihr seid Shy Guys, die ich schon mal zu Eiern verarbeitet habe, ne? Ja. Machen wir gerade nochmal. Die Geisterchens. Luigi, wo bist du? Wer man nicht einmal braucht. Was für... Alter, alter, alter. Nein! Boah, ich werde fast selbst wieder in die Lava gehuppt. So, schön. Das war schon mal gar nicht so dumm. Was willst du eigentlich? Na? What the? Jetzt könnte ich mit Baby Donkey Kong. Aber es geht auch so. Ja, den haben wir schon wieder gar nicht gesehen in diesem Part, ne? Das ist schon... Sollte man schon ein bisschen die Waage halten, wie ich finde. Oh, das Ding wird mir gar nicht erklärt. Sachen gibt's. In diesem Spiel wird ja alles erklärt irgendwie. Deswegen nehme ich das so ein bisschen aufs Korn. Nehme ich mit. Da geht's auch weiter, aber... Oh, okay. Nur die Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Hm. 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 Ich sollte den Pfeil mitnehmen. Das geht ja auch, ne? Das ist schon wieder ne... Wollen wir mich doch für doof verkaufen. Jetzt weiß man schon wieder nicht, welcher Weg der richtige ist. So. Geh jetzt mal nochmal da unten. Ah, da rechts haben wir schon wieder... Ich will jetzt erstmal das Blümchen haben. Vielleicht ist hier noch etwas Rotes dabei. Jawohl. Jawohl. Ah, überragend. Das ist doch richtig. Also wenn ich die Wahl hätte... Zwischen der Tür unten rechts... ...und der Tür oben links... Ich würde erstmal oben links weitergehen, weil... ...rechts unten ist für mich immer so ein Zeichen für... Ja, wie soll ich sagen. Hier geht's weiter. Wissen kann ich's nicht. Aber ich möchte erstmal hier lang gehen. Es scheint vielleicht ein optionaler Weg zu sein. Da gibt's vielleicht ne Blume oder... Nobody knows. Das sind Storschen... Storschenstationen. Ah. Ah, siehst du auch. Das sind Ketten. Kettenkletten. Wenn wir die Wogen kletten. Bei den Kettenkletten. Und zwar bei Donkey Kong. Ich hab doch gewusst, dass er wieder drankommt. Der Affe. Baby F hier. So, öpp, 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 öpp. Hey. Batz, batz. Hohoha. Und jetzt befinden... ...denn wir uns... ...hier. Ah, jetzt weiß ich wo ich bin. Das ist ja super. Schön. Da waren zwar noch mehr Ketten, aber... Stühle? Hä? Stühle. Ich sitz so zwischen den Stühlen heute. Was? Bitte was? Hört mal auf jetzt. Gerückt gewordene Blumenphasen. Konnte man doch früher verschieben und so. So, ich... Erstmal ist da oben. Okay, das sind Sterne. Und hier war das gleiche. Nein. Das ist eine Blume. Und da nochmal. Warum denn auch nicht? Ja, leider hab ich keine... Alter, will die Blumen da abgehen. Ich hab keine Eier mehr, Mann. Eier! Wir brauchen Eier! War ja nicht irgendwo etwas? Bescheidene Frage. Wo geht's eigentlich weiter? Wir brauchen den Schlüssel. So. Ist da noch ein... Nein! Ohne Eier sieht das Ganze echt doof aus. Zurück kann ich auch nicht. Nein. Ich will das mir nochmal angucken. Das verstehe ich nämlich nicht so ganz. Man muss doch irgendwas hier schlucken können. Oh. Manche... Ich verstehe zwar nicht, aber... Ist egal. Da. Und hier ist der Schlüssel drin. Das ist vielleicht so einiges dann. Oh, ja. Die haben es nicht so mit der Dekoration, mit dem Feng Shui, ne? Ba. 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 Sehr schön. Gut. Der fasst schon Rätselformat hier. Sternenkreis. Ihr seht, was da oben abgeht, ne? Ah, und der Geisterscheiger ist dann da reingestolpert in die Wolke. Sehr gut. Was ist das jetzt? Gehen die nach oben alle? Sicher? Ich traue dem Praten nicht. Komplett. Vielleicht ich nicht einfach schlucken. Nein. Ja, das sind definitiv neue Gegner. Eine Mischung aus Geist und Para-Piranha. Alles hat einfach mal Flügel, ja? Para-Coopa, Para-Gumba und jetzt auch mal Para-Piranha. Mein Gott, den wollte ich nicht bashen, Mann. Geber. Dankeschön. Das war's schon. Egal. Hier haben wir Münzen. Aber wir haben alle roten Münzen. So. Uh-ha. Noch mal so. Ah, das prallt nicht ab. Ah, die Eier sind stärker, aber die prallen auch nicht ab. Wow. Fast runtergefallen. Ich will hier so. Krass. Schön gemacht. Das war mal schön, muss ich sagen. Blümchen. Ach, Kindersnee. Damit haben wir echt alle Blumen. Also ich hoffe, dass wir vor dem Boss nochmal einen Sternenkreis bekommen, weil dann hätten wir die 100% hier. Das wäre duftel. Ist ja echt alles verhext und verzaubert. Mit den vielen Blumenvasen erinnert es auch an den einen Blumenboss, ne? In Yoshi's Island 1, da gab es auch, den musste man die Blumenvase in den Abgrund reinschieben. Ah, da ist in der Tat ein Sternenkreis. Beim Bosskampf nicht verletzt werden, sind das die 100% für uns. Was tun die da an der Storchenstation hin? Ich weiß gar nicht, was... Äh? Optische Täuschung? Hä? Spiegel, Spiegel an der Wand. Wer ist das gruseligste Gespenst im ganzen Land? Na, hast du schon Angst, Yoshi? Okay, das ist kein typischer Buhu. Ja, unten sehen wir das Ganze gespiegelt. Das ist eine... Okay. Ach. Ich soll spekulieren aufgrund des Spiegels? Oh, was ist... Hä? Guckt euch mal an unten. Ah, der Spiegel ist... Ach, schade. Kein 100%. Der Spiegel ist kaputt an einer Stelle. Ach so, es wird immer schwieriger, den zu treffen, weil der Spiegel kaputt geht. Hä? Und ich müsste das benutzen für die Eier. Das ist doch groß genug. Der wird ja noch viel kleiner, oder was? Das ist eine tolle Idee. Ich rase immer in den rein. Das ist so dumm von mir. Das tut mir leid, Leute. Das ist eine schöne Idee. Da hat man sich was dabei gedacht, muss man sagen. Okay. Hey. Und... Nein! Blöd gezielt. Idiot. Aber jetzt! Man kann einfach das Fadenkreuz auf dem unteren Bildschirm... sich veranschaulichen. Ja, dass man da ein bisschen mit den Techniken das DS spielt. Finde ich sehr gut. Man hat den Spiegel unten euch noch viel, viel kaputt machen können. Dann wäre es anspruchsvoller geworden. Vielleicht gibt es ja noch eine Revanche. Schade. Aber wir haben alles gefunden. Das ist ja schon mal viel wert. Wirklich, die 100 überall dastehen, werden wir eh nicht haben. Aber wir haben alles gefunden. Das ist doch ein schönes Gefühl, oder? Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Nicht vergessen, eure Meinung zum Boss in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.